So Freunde, jetzt gibt es noch ein bisschen Getreide, gell? Kleiner Moment, jetzt gibt es noch mal Getreide für euch, gell? Hier, Uppsala, guck mal wie das schmeckt. Uppsala, wir haben gerade frisch geerntet, ich glaube Roggen, Roggen ist das, glaube ich. Guck mal, wie die Hühner kommen, die lieben Getreide. Hoppla, Getreide. Ist mal eine Abwechslung zu dem ganzen Gras den ganzen Tag, gell? Boah, sind das viele Hühner. Getreide heute noch, ja, ich habe noch mehr dabei. Viel, viel Getreide für euch, guck mal Kinder. Und es regnet Getreide. Wahnsinn. Den Hühnern scheint es wirklich zu schmecken. Und die Felder, und die Felder sind gut bestellt dieses Jahr, sage ich, mit dem leckeren Getreide, okay? Oh, das ist gut.